moin 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 was geht ab leute wir gehen rein in world of tanks wir spielen den spät modus dass wir direkt ein gefecht gefunden haben das ist unverwundert ich habe vorhin schon drei gefechte gespielt und ich musste immer mindestens eine minute warten wir direkt reingegangen so ein bisschen frei fahren ohne statistik also ein random modus ist das eigentlich hier mit dem zug müsste eigentlich gehört ja mit dazu ist ja dynamische gefechte aber ich glaube ich habe das ausgestellt dass ich sehe den zug nicht so 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 und den zug ja doch man sieht den zug da ist er und schon werden sie geschoben da kommt der zug gut gut so 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 Weil da unten jemand steht. Ah. Ach, die Torte denn hier. Lol. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Porte über den Hill, habe ich auch noch nie gesehen. Du bist ein Leid, du musst ein bisschen was machen. Spotten und so. Das, was du hier machst, kann ich selber. Das, was du hier machst, kann ich selber. Wirkungstreffer, Ladeschütze ausgefallen. Nach laden dauert länger. Oh, was du hier machst? Das ist ein Leid, du kommst denn? Ja. Und ja. Und ja. 3 zu 8 beste runde mann fahr mir doch nicht vor die linse mensch andere seite ist tot das ding ist over ja 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 habt ihr mal da schlechtes team ja 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 Das meine ich mit der Wartezeit. Geht die ganze Zeit so. Da kriegst du auch weniger Lust. Diesen Spieleinsatz überhaupt zu spielen. Und das dritte Mal, dass ich D-Map spiele. Ich habe keine Ahnung, was es da für Belohnungen gibt. Kannst du irgendwas eintragen, wenn du jede Karte acht Mal gespielt hast. Kannst du dann auch bewerten mit ein, zwei Sätzen. Ich schreibe einfach OK rein, fertig. Dann hole ich mir die Belohnungen ab, welche auch immer es gibt. Ich schreibe einfach, wie sehr findest. Ich schreibe dich einfach zu sein. Okay. Ich schreibe einfach, jetzt ist es ein Karte. Ich schreibe dich, wenn du es nicht mehr sicher ist. Ich schreibe dich, wenn es du einfach nicht mehr so. Das war das, was nur das, was zur Zeit, nicht mehr so. Ich schreibe dich, dass ich das. Was ich hier saw? Ja. Ich schreibe dich. Da ging voll durch ihre Panzerung. Ooooooh, Type 59. Oh, gegen den Turm geflogen. Ja, der ging voll durch Ihre Panzerung. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ich kann den mal jemand da hinten aufmachen. Vorne, keine Ahnung, wer jetzt gerade ist. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wirkungstreffer. Wir haben die Kette repariert. Fahr los! Der ging voll durch Ihre Panzerung. Wirkungstreffer. 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 oke Untertitelung des ZDF, 2020 Leute, was ist das da? Bewegt euch! Leute! Er ist da immer noch hinter, ne? Ich weiß nicht, wie er hätte abbrauen können. Er muss noch dahinter sein. Da ist er. Erwischt! 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 Macht. Boah, diese Wartezeit. Kann das sein, dass die hauptsächlich Zehner spielen, glaube ich. Vielleicht geht's doch schneller. Ja, hier geht's schneller. Das erste Mal Ruinberg. Kannada. Gibt es kanadische Panzer? Wird es da irgendwann einen Strang geben? Ich weiß es nicht. Kanada hat sich am zweiten Weltkrieg nicht beteiligt, glaube ich. Glaube ich also auch nicht, dass sie eigene Panzer hatten. Mal nennen den Modus Bus Arti. Spiel spielen. Also wirklich. Natürlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, die Scheiße. Ist schon hier vorne jemand. Oh nee. 2,79. Gar kein Bock mit denen zu campen. Hä? Was ist denn hier los? Lol. Seit wann kann man hier durchfahren? Sicher jetzt zum ersten Mal. Kette wurde getroffen. Natürlich. Moni Lager. Dieser Munitionslager wurde getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst ja jetzt überall flankiert werden. Hier. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Oder? Ja. ett. Naja. Die Hälfte. Also verschiedbare Objekte, unfassbar. Mann, wurde er mir geklaut. Pisser. Ah, die Drille. Er wird da stehen. Moin, Grelle. Habe ich dich einmal blind getroffen? Weiß es nicht. Ich denke schon. Oh, Mensch. Da ist eigentlich schon verloren aus. Haben wir trotzdem noch gewonnen. Wichtig. Hier kann man auch durchfahren, oder was? Nee, kann man nicht. Hätten sie auch noch machen können. Hier so zwischendurch durchfahren und da. Hier so zwischendurch durchfahren. Wetter, wichtig Ach gleich nochmal Ruinberg, am Norden wahrscheinlich Ne, auch nicht von 7 Ruinberg, am Norden Ruinberg, am Norden Äh? 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 Loll Das ist ja... Die Karte ist ja wieder ganz anders. Hä? Lol. Was ist das denn? Weiß ich nicht, ob ich sowas gut heißen kann. Die Karte hat da und ändert. Weiß ich nicht. Dass wir nie auf eine Karte drauf einstellen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Ach man, triff doch mal. 0,29 Genauigkeit. Ein Witz. Ey! Es reicht! Der ging nicht durch. Du kleiner... Ey, die Kanone. Die ist gerade so eine Diba, ne? Ey, Mann, die trifft ja überhaupt nicht. 0,29 Genauigkeit. Oh mein Gott. Von hinten, von vorne. Äh? Äh? Ach so, dynamisch. Deswegen. Später ist es erst so geworden. Da kommen die... Da kommen irgendwelche Bombarde morgens runter und sowas. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist doch die gleiche Map. Okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe nur nicht, warum jetzt Kine so scheiße ist. Oh mein Gott, Alter. Ja. Gute Runde. Aus. Ist egal. Ist kein Random. Das hört mich nicht. Das hört mich nicht. Ich muss dieses dynamische Scheiße da wahrscheinlich anschalten, ne? Okay, wo war denn das? Dynamische Kamera, ne. Was ist denn der Müll? Wirkungsgefecht. War Grafik wahrscheinlich, ne? Bitte. Wahrscheinlich geht das nur bei verbessert, ne? Will ich ja nicht. Will nicht verbessert. dann fühlt sich schwammig an oder schwammiger an darf mein pc einfach nicht nicht in vollen fps er hat mich einfach durch den turm durchschlagen eine der stärksten türme in diesem spiel einfach durchschlagen kette beschädigt falscher panzer für die falsche map haben es erfüllt sehr geil sehr geil battle pass abgeschlossen keine ahnung die maus ist der einzige panzer den ich jemals fahren werde rino toronto absoluter müllpanzer den werde ich auch nie fahren aber wohl eher der heavy als der medium die sammlung gibt es ja auch noch drei das ist zwei punkte zählen ja auch noch ein interessant verursachen sie den meisten schaden ihres teams real talk das schaffe ich nicht das ist absoluter zufall verursachen 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 die dynamischen objekte also wie der zeppelin hier abgestürzt sehe ich nicht weil ich nicht verbessert habe verursachen 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 Wirkungstreffer! Ha! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Ah, schlecht. Lache, 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 lache. Hier, das war ich. Ach, das war's. Ach, das war's. Okay. Okay. War doch außen rum, Idiot. Mach doch nicht für dich Platz. Wer bin ich denn? Na ja, macht ihr mal. Bin zu langsam. Verneutige Hilfe. 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 Was ändert sich hier eigentlich auf der Map? Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Was passiert hier? Was ändert sich? Was ändert sich? Was ändert sich? Was ändert sich? Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, lol. Geh weg! Errischte! Muni-Lager in der Unterwanne? Hell. Nee, putze ich gar nicht. Helmknecht. Hallo? Hallo? Hey. Wer ist da? Du bist bei den besten Streamer aller Zeiten gelandet. Ach, du Scheiße. Yeah. Moin, moin. Das geht. Hallo? Na? Alles fett? Was machen? Was machen Sie da? Spiel BOT. Späheinsatz. Nice. Oh. Ah, abgeprallt. Was? Ja. 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 Komplett zu. Loll. Warum? Macht ja gar keinen Sinn. Hä? Warum, bauen die das hier zu? Das ist dumm. ... ... ... Wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie dieses Prickfilm-Format von World of Tanks genauso aus. Da kommt man ja nicht durch. Ah Leute, von hinten. Mein Motor kaputt. Cool Story. Von vorne, die Forch. Cool. Ich hab noch getroffen. Noob-Team. Switch Drops. Wichtig. B, B, T, A, X, X, Y, X, D. Achso, Chevy hat übrigens abgesagt wegen Dengs Beiligbühne. Aber wir gehen trotzdem auf der Wiese einfach nur so. Wenn du auch Bock hast mitzukommen, wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch mitkommen. Ja, ne, nicht nur auf der Wiese, bisschen rumlaufen und so und Musik hören nebenbei. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht. Franzi und Aileen haben auf jeden Fall ein Ticket geholt. Die sind drin, die sind drin. Aber wir sind wahrscheinlich dann draußen. Wahrscheinlich werden da sehr viele Leute sein. Mit Sicherheit. Aber können wir ja noch schnacken am Mittwoch. Vielleicht chill ich heute. Was, du chillst heute? Vielleicht chill ich auch einfach nur. Mach keinen Bock, oder wie? Willst du ein bisschen mitfahren? Dynamische Gefechte? Das ist neu. Da verändern sich die Maps, während du ein Gefecht spielst. Beispielsweise ein Zeppelin stürzt ab bei Himmelsdorf. Dann hast du mehr Möglichkeiten, beispielsweise. Dann hast du hier Pokorovka. Hier ändert sich auch was. Bei der Buschreihe gibt es da ein paar mehr Deckungen. Da stürzt ein Flugzeug ab. Und es kommt ein Zug. Und auf den kannst du mit aufspringen. Und dann explodiert er. Und manchmal fliegst du ein paar hundert Meter weit. Weil das Buggy ist. Weil lustig. Hm. Oh ne. Das wäre mir zu random. Es ist ja auch random in dem Sinne. Ja. Ne. Das ist jetzt nicht. Jetzt kommen die Attacken. Auf das Schiff. Oha. Und er stand genau drin. Er ist gestorben, der EBR. So ein Trottel. Jetzt stürzt das Flugzeug ab. Da vorne ist es abgestürzt. Es gibt ein paar zusätzliche Deckungen. Der ging nicht durch. Gerade. Und dann in der Fall. Oder? 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 Oh, ich bin gleich wieder auf. Ja. Ja, stürzen die Flugzeuge ab. Ähm, vor allen Dingen, es war ich zwei. Ich bin offen. Lol. Autsch. Lol, übertreibt doch nicht gleich. Oh, mein Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Oh. Dieses Scheißradjochen. Oh. 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 drei mäuse im gegner team nicht mal im team nicht mal im zug das macht ja auch gar keinen sinn warum kriegen wir nicht mehr maus auch ab macht ja gar keinen sinn dieses random format normalerweise müsste eine maus mindestens bei uns im team sein macht ja überhaupt null sinn lachen 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 der ging voll durch ihre panzerung ein 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 Das war's für heute. Die weg! Hier gibt es auch noch einen Baum oben in unsere Richtung, wichtig für Tarnung. Ob das jedes Mal so ist, weiß ich nicht. Loha, 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 Loha. Loha, Loha. Loha, Loha. Loha, Loha, Loha. Loha, Loha, Loha. Loha, Loha, Loha. Selbst ein Heavy ist weiter vorne als der Light. Loha, Loha. Unser Munitionslager wurde getroffen. Loha, Loha, Loha. Loha, 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 Loha. Loha, Loha. Untertitelung des ZDF, 2020 So langsam Sie sind erfasst Ich sehe sie nicht mehr 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 Och, ein Tag Premium nehme ich Ich sehe sie nicht mehr Ich sehe sie nicht mehr Ich sehe sie nicht mehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 lache 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 wird mich nicht ist kein random die 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 radponsor freut sich über eine super map das leckt durch das nervt muss aber im spiel liegen es 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 lachen lachen Lache, 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 Lache. Das leckt übel hart. Lache, 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 Lache. Hype 5 hier oben, Alter. Lache, 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 Lache. Lache, 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 Lache. Lache, 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 Lache. Lache, 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 Lache. Lache, 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 Lache. Lache, 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 Lache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Was ist das? Ziel erfasst. Erwischt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette repariert. Mein, diese Legspikes. Den ersten so hart. Was ist das? Was ist das? Oh, getrackt. Naja. Jetzt gibt es das Backdamage. Der sagt schon wieder nichts, obwohl ich ihn durchschlagen bin ich nicht. Was ist das? Wirkungstreffer. Früher Erlaubnis erteilt. Ich sehe Sie nicht mehr. Lachen. 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 L jetzt müsste man nicht gewundert hätte mich auch gewundert lacher gruppe v.a. der die 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 Oh mein Gott FV215b Das ist ja sowas von 2015 Wenn ich eine Turbine nicht immer so in den Rand nerven würde Dann wäre dieser Skin auch toll Aber das nervt Es ist andauernd Nervtötend Und man könnte das ausstellen Der Skin ist toll Ich mag auch diese Holzoptik Aber was soll dieser scheiß Turbinen-Geräusch Monat... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wirkungstreffer. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette repariert. Weiter geht's. Wirkungstreffer. Erwischt. Ziele fast. Zu viel verloren. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Ach, shit. Der aimt. Oh, was? Diese Kantenmodellierung schon wieder, ne? Diese Kantenmodellierung schon wieder. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Fahrzeug zerstört. Kantenmodellierung wie der beste von WOT. Die kriegen es einfach nicht hin. Die kriegen es einfach nicht hin. Die kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin. Sie können es nicht. Sie können so eine Kanten nicht modellieren. Sie sind zu blöd dazu. Milliarden Unternehmen. Einfach mal die Kanten nochmal, wie die Grafik ist, auch glätten. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, Wargaming? Woran scheitert es? Einfach mal die Kanten original so machen, wie sie auch dargestellt werden. Das ist doch kein Problem. Das muss man doch hinbekommen. Nein. Milliarden Unternehmen kann es nicht. Die müssen schon ein Drilliarden-Indo nehmen werden. Um das endlich mal hin zu bekommen. Blöder Scheiß-Arty, ey. Blöder Scheiß-Arty, ey. Bro- Hard utilize. Ich bringe die Rechte. Ichchied dir Recht. Selber schuld, dass du eine API genommen hast. Hahaha. Das ist wohl Wert gedauert. Aus. Einen профессionenhydrate. Dann kommt den Regen vor. Dann kommt bei 70 Prozent weiter. Hier wird jeder in mir ges explanation ist. So, was stürzt der Zieler ab? Einfach nur Bomben, ne? Ja, einfach nur Bomben. Okay. Guck dir das an. Die Kanten. Guck dir die Kanten an. Wo ist das Problem? Warum kriegt ihr das nicht hin? Das ist so dumm. Guck dir diese scheiß Kanten an. Da unten. Das ist der Strich. Das ist der Strich. Und hier oben ist die Kantenmodellierung. WG, ihr seid so eine... Ey, nee. Du kannst dich nur drüber aufregen, über dieses scheiß Unternehmen. Guck dir das an. Ich kann nicht auf ihn schießen. Weil hier so eine unsichtbare Wand ist. Und hier so eine unsichtbarer. Ich kann nicht auf ihn schießen. Und hier so ein baile Einen. Okay. Ich kann nicht auf ihn schießen. Ich kann nicht auf ihn schießen. Danke. Der ging voll durch ihre Panzerung. 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 Abgeprallt wegen der scheiß Oberwanne. Wieder Oberwanne. Dankeschön. Moment, reißen. Der Turm dreht sich nur noch langsam. Wirkungstriebe sind erledigt. Wirkungstriebe sind erledigt. Wirkungstriebe sind erledigt. Wirkungst Heritage. Wirkungstriebe sind. Okay. Ich gehe in den Wald. Weiß drauf. Ich habe keinen Bock. Ich gehe in den Wald. 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 Das war's für heute. 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 Wir verlieren. Also, also bleib' Das war's für heute. Hier hinten auf. Ach so, deswegen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jedes Mal, wenn... Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du... Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Warten, wenn du, wenn... alles einkracht ja 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 Wirkungstreffer! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Dieинки Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 gerade alleine habe ich zwar gefragt aber erst schon bei zwei stunden hat er nicht reagiert also okay I so okay I so okay gar kein Schuss ja genau wir haben sie nicht mal angekratzt jo dann machen wir schon heuer schlaf gut laufen sie gut welche sagt er raus das jo ja okay Wirkungstreffer. Darfst du auch gut? Jo, danke dir. Noch nicht, aber später. Das ist einfach nur frech. Bis sie hier die Mitte nicht aufmachen. Alles muss man alleine machen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das ist einfach nur frech. Das ist einfach nur frech. Das ist einfach nur frech. Gut, Maus. Autsch. Abgeprallt. Ja, der hat den Scheiß weggewinkelt. Der ging nicht durch. Ja, der hat den Scheiß weggewinkelt. Ja, der hat den Scheiß weggewinkelt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, seine Scheißkanone war davor. Hätte auch treffen können. Ja. 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 Mensch. Ach. Das gibt's nicht. Leute. Die kriegen ihn nicht tot. das ist geisteskrank das kämpfen wir hier durch weil wir den 410 e5 nicht gekillt bekommen das ist Meine Position unterstützen. Auf geht's. So. 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 Was ist das? Ja natürlich. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Wirkungstreffer! Untertitelung des ZDF, 2020 Wirkungstreffer! 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 Was ist das? 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 ist das? Was 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 ist das? was? Was ist das? was? Was ist das? was? Was ist das? was? Was ist das? 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 Das zählt ja nur für Zufallsgefechte. Einfach hoffen Himmelsdorf, sicherer Hafen. Das ist nicht Himmelsdorf, das ist nicht sicherer Hafen. Egal, in einer Stunde werden wir wohl beide bekommen. Los geht's. Dann schmeißen wir uns immer in den Tod. Damit wir gleich ins nächste Gefecht gehen können. Wir müssen auf und sicher haben. Hilfen natürlich beide. Ja. Der ging voll durch ihre Panzerung. Verlos. Danke. Hier ist schon wieder mein blödes scheiß Treibstofftank. Ich hab die Nase voll hier drin zu brennen. Ich hab ihn noch nicht hingedet的. Ich hab ihn noch nie mit기는. Soll ich brauche pipes und die Nase voll weg drin gehen lassen? Oh, was willst du denn hier? 60 GP. Oh, du Wichser. Gut. Vielleicht erledigt. Raus her. Wilmensdorf. Sicher Hafen. Wilmensdorf. Sicher Hafen. Oh. Liegen wir los. Okay. Eh? Äh? Kann man das Ding nicht zerschießen, oder was? Das ist ja ein Müll schon wieder. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gucken wir in der Schuss hin. Natürlich. Boah, schon wieder Muni-Lager. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Das war's. 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 Idiot. Das war's. 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 Das war's.